Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Contraband Police. Ein neuer Tag beginnt. Neuer Tag, neues Glück würde ich sagen, Kollegen, oder? Ja, starten wir einfach mal durch mit unserer wunderbaren Wohnung. Ziemlich schäbig, aber egal. So, wir gucken, wir können es ja noch ein bisschen upgraden. Ja, hallo, guten Morgen. Wachtmeister, Wachtmeister Kowalski ist das. Grenzschütze, jawohl. Gut, wir gucken hier gerade mal nach. Wir haben hier einen neuen Brief anscheinend und einen neuen Zeitungsbericht. Du herzloses Ungeheuer. Was ne unfreundliche Begrüßung. Meine geliebte Schwester Natascha ist tot und wegen dir konnte ich mich nicht einmal von ihr verabschieden. Okay, ja, dann weiß ich wer. Oh nein. Oh nein. Warum hast du mich nicht durchgelassen? Bedeutet menschliches Leid nichts für dich? Du wirst noch dafür bezahlen. Ja, es ist, ja, scheiße. Oh Mann. Ja, ich weiß, wir hatten einen da, der hat gesagt gehabt, er will so schnell wie möglich hier durch, weil seiner Schwester am, oder seiner Schwester geht es nicht gut und. Ich hab ihn abgewiesen, weil seine ganzen Daten nicht gepasst haben. Anscheinend ist seine Schwester jetzt gestorben, ja. Normalerweise. Ja, chill mal deine Nuggets. So, ja, normalerweise, klar, auf menschlicher Sicht hätte ich ihn durchgelassen. Ich hab mich nur an die Vorschriften gehalten. Das ist, ähm, ja. Ach ja, man weiß nie, was man macht, ob's richtig ist oder nicht, wenn man die Person nicht kennt. Novit kehrt zurück. Stimmt, wir haben ja noch Novit. Zeitungsbericht kennen wir sogar. Wir haben noch Novit. Ja, kein Covid, sondern Novit. Das heißt, alle müssen geimpft sein und mindestens zwei Wochen müssen seit der Impfung vergangen sein. Ich muss mich gerade erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ja, ähm, neuer Aufnahmetag und hatte ein paar Tage Pause jetzt dazwischen. Unsere Dienste belauschen ein Telefongespräch, dank dem wir konkrete Informationen über einen Schmuggler erhielten. Nationalität Königreich von Erkai. Alles klar. Fahrzeugfahrt beruht und Alter des Fahrers 39. Gut, dann fangen wir mal an. Ich bin stark, klar, was sieht's denn aus? Munitionstechnisch. Bin ich da noch gut ausgest... Oh, wir haben noch ganz viel Munition... Und ich laufe schon wieder mit Kokain durch die Gegend. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. So, wir haben auch noch 1389 Geld zur Verfügung. Oh Gott, ich wusste... Ups, ich wusste gar nicht mehr, dass unser Lager so voll ist. Kann ich ja bald schon wieder wegbringen. Okay, Pistole hab ich hier noch eine zweite, die wollte ich auch verkaufen. Und, ähm, wir haben nicht mehr ganz so viel Pistolen-Munition, aber brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Wenn wir das Maschinengewehrchen haben, dann bin ich damit zufrieden. So, und ne Granate haben wir auch noch. Hallo! Ähm, einmal die Dokumente bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss den Spielkampf mal ein bisschen lauter stellen auf meinen Ohren. So, jetzt soll das passen. Ich hoffe, auch so vom Spielton passt alles, weil es gab ein Windows-Update. Leider hat es bei mir alle möglichen Sound-Einstellungen zu hauen. Plus das Mikro wieder rausgekickt bei OBS und, und, und. Ich glaube, ich konnte es aber jetzt wieder so einstellen, dass es wieder sich einigermaßen so anhört wie vorher. Es sind zwar jetzt komplett andere Einstellungen, aber ich glaube, von der Lautstärke her ist es so wie vorher wieder. Werden wir dann sehen. Ich werde es nach der Folge mal hier reinhören und mal gucken, ob es jetzt alles wieder passt. So, Dokumente. Wen haben wir denn da? Koidu Opa. Koidu Opa. Koidu Opa. Koidu Opa. Passt. 7 0 OT. 7 0 OT. OB 7 Z. Nicht Z7. 14. August. Das passt. 12. Oktober. Das passt. Wir haben den 3. Mai im Spiel. 1981. Einreisegrund Tourismus. Er ist gegen Novit 78 geimpft. Am 28. Februar. Können wir rechnen. Zwei Wochen drauf. Ja, darf also damit einreisen. Koidu Opa. Passt auch. So, das ist dieses 4x4 Karre. Habe ich gerade auf dem Fahrzeugschein gesehen. Varilla 4x4. Passt. 1.580. Alles klar. Dann wiegen wir doch die ganze Karre gerade mal. 1.370. Das passt. HVI 9 3 1 9 IF. Okay, das müsste passen. Das müsste passen. Geil. Wo ist denn deine Stoßstange? Da fehlt doch was. Da fehlt doch was. Okay. Fehlt eine Stoßstange. Markiere ich mir gerade mal. Hat nämlich vorne kein Nummernschild. Alter des Fahrers. 39 war es. Ich weiß. Kann ich rechnen? 25. Ja. Okay. Ich wollte gerade nochmal gucken, ob das so funktioniert hat. Okay. Erst 25. Das ist natürlich weit weg davon. Es hat aber so funktioniert. Alles klar. Gut. Du tust Toiletten transportieren anscheinend. Zwei Stück. Das sieht sogar so aus, als hätte da die Wahrheit drinne stehen. Ich will die trotzdem mal ausladen, weil wir können ja auch reingucken, aber nicht, wenn die im Fahrzeug sind. Kein Stress hier bitte. Kein Stress. Wir gucken gerade mal rundherum mit unserer UV-Lampe. Ja. Dann würde ich sagen, die Fracht passt soweit. Dann kann eigentlich Kollege Maximoff. Kollege Maximoff. Könntest du bitte? Hm? Könntest du bitte die Fracht zurückgeben? Vielen Dank. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Ja. Gut. Dann. Einmal bitte aussteigen. Einmal bitte aussteigen. Ich würde mir das Fahrzeug gerne mal in Ruhe von innen anschauen. Ich glaube, sie haben auch einen platten Reifen hier hinten, oder? Jawohl. Aber sowas von. So. Ich wollte hier mal ein bisschen rumleuchten. Auch den Sitz mal genau angucken. Das mal genau anschauen. Alles klar. Okay. Okay. Da hatte ich auch schon reingeguckt. Und da war nix. Wir können auch gerade nochmal von unten. Okay. Ich krabbel nochmal durchs Fahrzeug durch. Wir können auch von unten hier nochmal unter das Armaturenbrett gucken. Hier hinten war ja sowieso nix. Alles klar. Ich würde sagen, ich sortiere mir gerade mal den platten Reifen, bevor ich es wieder vergesse. Kaputter Reifen. So. Die Lampen sind so. Das kriegt mich jedes Mal dran. Ist mal die falsche Richtung, wo ich meine. Es geht auf. Ähm. Naja. So. Okay. Dann gucken wir hier nochmal durch gerade. Und ich habe festgestellt, man muss stellenweise wirklich sehr genau nachschauen. Wenn man diese Alkoholkanister hat, die fallen echt wenig auf. Die sehen aus wie so ein Fahrzeugteil. Da muss man schon ein bisschen genauer gucken. So. Ansonsten hier fehlt ein Karosserie-Teil, sehe ich gerade. Ist mir im Schatten kaum aufgefallen. Ähm. Defekte Karosserie. Tagesaktuelle Bestimmung war ja, glaube ich, nur das mit dem, ähm, Novit. Genau. Novit. Ansonsten technische Inspektion. Wir müssen zwar gucken, aber egal wie viele Schäden die haben, die am Fahrzeug haben, ist es kein Grund, das Fahrzeug nicht einreisen zu lassen. Beziehungsweise die Person nicht einreisen zu lassen. Wir haben hinten noch einen kaputten Scheinwerfer. Beziehungsweise kaputtes Licht. Scheinwerfer finde ich ein bisschen übertrieben für hinten. Aber passt so. Haha. Hihihi. Kommt er zufällig? Ne. Hm. United Rally. Da ist auf jeden Fall was, was ich mir gerne mal genauer anschauen würde. Auf die unfreundliche Art und Weise. So. Taste 5. War schon vorher kaputt. Was haben wir da? Waffen. Ja, Kollege. Das sind Waffen. Waffen sind nix Gute. Gucken wir doch nochmal ein bisschen genauer hier. Was haben wir denn hier vorne? Hinter der Karosserie was versteckt, hä? Oh. Wegen dir ist mein Brecheisen kaputt. Aber wir haben noch ein bisschen was. Was war da? Aha, okay. Wie auch immer er das dahinter gekriegt hat. Egal. Also ich meine jetzt von der Paketgröße war er doch ein bisschen eng. Aber gut. Ja. Dann. Karosserie noch mehr kaputt. Ne. Quatsch. Kann ich ja nicht angeben. Ist ja durchgestrichen. Ähm. Ansonsten. Vom Foto her hat es glaube ich gepasst. Ich glaube ich packe mal wieder. Hier war es weg. So, da wollte ich nochmal gucken. Das hat gepasst. Haltbarkeitsdatum hat gepasst. Passnummer hat gepasst. Foto hat gepasst. Frachtbrief. Passt. Fahrzeugtyp. Ähm. Passt. Kennzeichennummer. Passt. Fahrzeuggewicht. Passt. Passt. Aber er ist halt trotzdem festgenommen. Wegen. Dummheit. Das war. Kollege. Oh nein. Oh nein. Okay. Oh nein. Dann. Ähm. Hallo. Was für ein Fahrzeug habe ich denn gerade da? Das kleine. Okay. Ne. Dann. Ähm. Kleinen Moment bitte. Sie sind gleich festgenommen. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Oh. Stimmt ja. Die Richtung. In der die Tür öffnet. Ist ja immer die. In Richtung Gesicht. Hallo. Einmal bitte. Den. Azar V. Irgendwas. Da habe ich ein bisschen mehr Platz. Das heißt wir werden demnächst mal eine kleine Runde fahren. Oh. Wir haben. Stimmt. Wir haben ja das Fahrzeug geupgradet. Wir haben ja jetzt ein dunkleres Blau. Als Fahrzeuglackierung. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich bin mal gespannt. Wie es dann in der letzten. Stufe aussieht. Ob das dann top poliert ist oder so. Keine Ahnung. So. Ich wollte die vom Gefängnis jetzt mal ins Fahrzeug stopfen. Transfer zum Polizeiauto. Transfer zum Polizeiauto. Transfer zum Polizeiauto. Wir machen heute Nachtschicht. Wir bringen die jetzt glaube ich erstmal weg. Ich möchte keinen Transport eigentlich rufen. Kostet zu viel Geld. So. Dich nehme ich jetzt offiziell fest. Nieta. So. Dann nehme ich dich auch gleich mit. Ich glaube fünf Leute passen in die Karre rein oder so. So. Nein. Polizeifahrzeug ist voll. Okay. Dann musst du. Dann musst du hier warten. Pech gehabt. So. Kollege passt ja auf dich auf. Ich bin mal ganz schnell weg. Die Gefangenen wegbringen. Gleich wieder da. Lieber Kollege. Die müssen halt jetzt alle mal ein bisschen länger warten hier. Ich hoffe. Ich kann die jetzt auch wegbringen. Nicht dass das Spiel sagt. Ne 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 ne. Deine Schicht ist noch nicht rum. Da müssen die voll lange im Fahrzeug sitzen. Dann würde es mich nicht wundern, wenn die flüchten. Ich habe total vergessen, das ähm. Leer zu räumen. Das Gefängnis. Ich darf nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ist doch jetzt egal, ob die jetzt warten oder nicht. Na gut. Dann müsst ihr halt mal in der Karre warten. Ich mache jetzt Fenster ein bisschen runter, gell? Ich mache jetzt Fenster ein bisschen runter. Ach ja. Naja. Selbst dran schuld. Hätten ja nichts verbrechen müssen. Na da. So. Prüfbereich bitte leeren. Ich bin überlegen, ob ich nur eine Person im Fahrzeug lasse. Und die anderen wieder in die Zelle stopfen. Na komm, ne. Ne, komm. Wir müssen jetzt in der Hölle schmoren da hinten. Oder ich rufe doch einen Transport. Es kostet aber 500. Ne, dann sollen sie lieber flüchten. Habe ich weniger Verlust mit. Hallo, danke für die Dokumente. Ähm, Samir Sauer. Samir. Ja. Wie in Deutschland hier auch nicht. So. Samir Sauer. Samir Sauer. Samir Sauer. Samir Sauer. Was haben wir da? Samir Sauer. Passt. Passt nochmal. M00X. M00X. A. 2. Z. 4. Okay. United Rally. Wir müssen Königreich von Erkai. Müssen wir drauf achten. Ähm. Dann gültig bis. 26. Mai. Passt. 2. November. Passt. Einreisegrund Arbeit. Ähm. Novit 78. 8. März geimpft. Sollte mit zwei Wochen hinhauen. Er hat achtmal Zementarbeit. Eine Toilette. Zwei Waschmaschinen. Ganz schön voll beladen, Kollege. Ganz schön voll beladen. Alles klar. Na gut. Dann, ähm. Steigen Sie bitte mal aus. Steigen Sie bitte mal aus. Wenn ich mir die Fracht anschaue, ist mir es lieber, wenn Sie nicht im Fahrzeug sind. So. Machen wir das gerade mal zu. Gut. Dann. Gucken wir uns mal die ganze Fracht an. Geh einfach vorsichtig damit um. Ja. Was soll denn passieren? Das sind Zementsäcke. Zement? Ist das nicht einmal? Ne. War achtmal. Ich hab gerade im Kopf gehabt siebenmal. Es war aber achtmal. Alles klar. Gut. Dann gucken wir uns gerade mal die ganze Sache hier an. Da sehe ich schon mal kein Schlangensymbol im Schnelldurchlauf. Waschmaschine. Hätte ich total gerne mal was drin. Hab ich aber bisher zu nichts gehabt. Das sieht auch gut aus. Immer schön außen rumlaufen. Perfekt. So. Toilette. Gucken wir gerade mal rein. Da ist aber auch nichts. Ich glaube bei der Karre ist hier auch nichts versteckt. Ne. Komm. Dann. Gefreiter Maximoff. Fracht zurückgeben. Ich bin mal gespannt, ob jemand fliehen will aus unserer Polizeikarre. Bin gespannt. Okay. Ne. Dann können wir das hier wieder zumachen. ZDI 7461HK. Okay. Passt. Kratzduk. Das ist ein Kratzduk. Kratzduk haben wir hier. Könnte hinhauen, oder? Ja. Ja. Das ist die Karre. So. Wie alt sind sie denn, wenn ich fragen darf? Ähm. Sind heißen. Ne. Das. Was war das? 39, glaube ich. Oh. Das war der eine Schmuggler sogar, den wir entdeckt hatten. Das war mit der Fahrzeugfarbe das. Okay. Okay. Alter, das Fahrer ist 39. Das haut aber nicht hin. Das haut nicht hin. Bevor ich jetzt lange rechnen muss. 56. Jawohl. Viel älter. Habe ich schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. So. Gut. Dann würde ich mir gerade mal die Karre hier von innen anschauen. Okay, da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Fahrzeughimmel ist auch nichts. Unterm Armaturenbrett ist auch nichts. Ja gut. Gut. Stoßstange, glaube ich, bei der Karre war so. Hinten. Ich glaube, Stoßstange erkennt man immer da dran, ob ein Nummernschild da hängt oder nicht oder so. Könnte ich mir fast denken. Ähm. Okay. Der Scheinwerfer ist aber ganz. Scheinwerfer ist ganz. Stoßstange vorne ist da. Spiegel sind beide da. Ähm. Ansonsten, Reifen sind nicht platt. Scheiben müssten. Jetzt kommt wieder die Sache mit den Scheiben. Scheiben könnten da sein, muss aber nicht. Das erkennt man so schlecht. So, die Reifen sind auch in Ordnung. Ansonsten, Karosserie-Teile sind auch alle da. Stoßstange sind da. Ich wüsste jetzt nichts, was ich ihnen anhängen könnte. Maximalgewicht, wir können gerade nochmal. Hatte ich die schon gewogen? Ne, hatte ich nicht. 3840. 4190, da war. Ähm. War auch gegen Novit 78, alles klar. Ja, ne, gut. Dann habe ich eigentlich. Kein Bedenken bei ihm. Das hat auch gepasst. Achtmal, einmal, zweimal. Ja, das hat auch gepasst. Na dann, komm. Inspektion ist beendet. Du darfst weiterfahren. Ja, ebenso. Oder hatte ich noch irgendwelche anderen Bestimmungen? Frachtbrief und so weiter. Hatten wir ja. Fahrzeugschein hatten wir. Technische Inspektion haben wir auch gemacht. Haben wir auch nichts gesehen. Dann der nächste bitte. Noch zwei Karren. Wir haben schon, es wird schon wieder dunkel. Dann schwitzen die wenigstens im Auto da vorne nicht so. Das ist ganz gut. So. Perfekte Inspektion. Sehr schön. 200 haben wir für gekriegt. Gut. Hallo. Einmal die Dokumente bitte. Dankeschön. Sehr freundlich. Gucken wir gerade mal rein. Adil Kilik. Adil Kilik. Adil Kilik. Adil Kilik. Adil Kilik. Adis Kilik. Okay, Name ist falsch. Name passt nicht. Das ist doof. 688G 5Q91. Passt aber mit der Passnummer. Gültig für 19. Mai 1981. 21. Mai 1981. Das passt auch soweit. Tourismus ist der Einreisegrund. Novit 78, 1. Mai 1981. Okay, die tagesaktuelle Bestimmung ist also auch nicht erfüllt. Er ist zu frisch geimpft. Erst vor zwei Tagen. Darf er nicht rein. Hat er Pech gehabt? Hat er Pech gehabt? So, ich mach's mir wieder leicht. 43. So. Wenn wir das hier oben schon haben, warum nicht ab und zu mal nutzen? Für das Rechnen, das Geburtsdatenausrechnen, finde ich mir ein bisschen schwierig. Also so mit einem Jahr immer Differenz ist schwierig. So. Ähm, okay. Gut. Kaffeesack zweimal und Gepäck zweimal dabei. Bitte einmal aussteigen. Das ist aber sehr freundlich. Sehr freundlich. Passfoto passt übrigens. Das passt. So. Dann übliche Kontrolle. Erstmal am Turmbrett, die Sitze abscannen. Dann rücken wir gerade mal nach hinten durch. Okay, ich sehe da hinten drei Säcke. Da kann schon mal irgendwas nicht passen. Da kann schon mal irgendwas nicht passen. Es wäre natürlich auch fies, wenn so eine Schlange mal unter dem Gepäck versteckt wäre. Ich habe auch so in einem Sack schon mal rausgetan. Fahrzeughimmel sah auch gut aus. Fahrzeughimmel sieht auch gut aus. Alles klar. Ähm, Karosserie. Teil fehlt übrigens. Diese habe ich schon rausgenommen. Da muss ich aber nochmal einen nachtragen. Und zwar den. Gucken wir gerade mal genau hier. Ich habe gerade gedacht, da wäre ein Symbol. Aber nee, es ist einfach nur so eine Verfärbung. Ja, die haben wir auch schon. Dann stimmt auf jeden Fall der Frachtbrief nicht. Frachtbrief stimmt. Oh Gott, das sind ja immer noch zwei Karren. Ähm, ja. Da fehlt doch hinten eine Stoßstange jetzt, oder? Das sieht doch so komisch aus. Das sieht doch so komisch aus. Ich gebe es einfach mal an. Also wir haben auf jeden Fall. Ich denke mal. Nummernschild ist zwar da. Aber irgendwas fehlt hier hinten doch, oder? So, wir haben auf jeden Fall auch ein fehlendes Karosserie-Teil hier hinten links. So, wir haben hier hinten rechts auch ein fehlendes Karosserie-Teil. Alles klar. Ja, ansonsten Reifen sind nicht platt, glaube ich. Ja, die sind nicht platt. Nummernschild YDM 9192SK. 9192SK, okay, passt. Motorraum sehe ich jetzt auch nichts. Sehr schön. Lichter sind in Ordnung. Spiegel haben wir auch vorhanden. Dann leuchten wir gerade mal mit der UV-Lampe das Auto rundherum ab. Ja, da müssen wir gerade nochmal nachgucken. Azzam 7-2. Azzam 7-2. Azzam 7-2. Azzam 7-2. Da haben wir es. Das ist doch kein Azzam. Das ist das Fahrzeug, was wir da auch eigentlich haben. Dieses, wie hieß es? Keine Ahnung mehr. Das ist auf jeden Fall nicht der Fahrzeugtyp, der auf dem Fahrzeugschein drauf steht. Somit Fahrzeugtyp ist auch falsch. Ähm, Gepäck zurück. Ich will gerade mal was testen. Ich will mal wiegen ohne Gepäck. Und dann will ich mal gucken, ob, wenn wir das Gepäck drinnen haben, ob das dann wirklich angezeigt wird. Dann laden wir bitte ein. Gefreiter Maximoff. Und jetzt haben wir 1.150 hatten wir vorher. Wie viel haben wir jetzt? Haben sie sogar dran gedacht an dieses Detail? Haben sie sogar dran gedacht? Gerade nochmal nachgucken. Maximal Gewicht. Beziehungsweise ist ja nicht der Azzam 7-2. Ist ja der Zafit. Das war die Karre. 1.520, das passt wenigstens. Alles klar. Gut. Ähm, dann haben wir schon mal mehrere Sachen festgestellt, die die Einreise eigentlich verbieten. Deswegen gar nicht mehr lange rumfackeln. Ähm, Inspektion ist beendet. Es geht zurück für sie. Ja, was für ein Tag. Was für ein Tag. So, der nächste bitte. Ich will die Gefangenen noch wegbringen. Wir haben schon. Wie viel Uhr haben wir denn? Kurz vor 12 Uhr nachts. Ich hab noch... Oh Gott. Das kleine Fahrzeug noch plus das andere noch. Na dann. Hallo. Dankeschön. Gerechtfertigte Ablehnung. Großartig. Wir haben zwei Autoscheiben angeblich übersehen. Keine Ahnung. Autoscheiben sind wirklich graus. Edil Umarow. Edil Umarow. Edil Umarow. Edil Umarow. Edil Umarow. Okay, Name. Check. Rell 4. Rell 4. Rell 4 U 0 PP. Passt. Ähm, 5. August 1981. Passt. Tägliche Kosten sind abgegangen. Ui, ui, ui. Müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Ähm, ja. Einreisegrundarbeit. 27. Mai. 81. Passt. Ich lasse wieder rechnen. 38. Glaube 39 war derjenige, den wir suchen. Mikros 26D. Ich glaube, das passt. Die kleine Karre hieß, glaube ich, irgendwas mit Mikros. Ja, auf jeden Fall. Passt. 990 darf die insgesamt wiegen. Wollen wir gerade mal gucken. Das ist ein bisschen viel. Was hat denn der in seinen Koffern drin? Da, halleluja. Halleluja. So, dann gucken wir gerade mal weiter. Ähm, Gepäck angeblich fünfmal dabei. Können Sie bitte gerade mal aussteigen? Dankeschön. Das ist diese kleine Wunderkarre, die extrem viel Gepäck mit schleifen kann. Hier wirst du nichts finden. Lass mich das selber bitte rausfinden, ob ich was finde oder nicht. So. Koffer, Koffer, Tasche. Ich rück gerade mal nach hinten durch. Ist aber auch ganz schön beengt hier hinten. Ganz schön beengt. So, machen wir gerade mal zu. Da haben wir nichts mehr. So, wir haben einfach fünfmal Gepäck. Fünfmal Gepäck. Das müsste passen. Genau. Das schauen wir uns jetzt nochmal genau an. Schauen wir mal rein. Wenn das schon so schwer alles ist, dann wollen wir ja mal genau reingucken. Okay. Habe ich jetzt nichts gesehen, was mir irgendwie Angst machen würde. Ähm, wo ist Kollege Maximoff? Da hinten turtelt er rum. Hallo. Könntest du bitte die Karre wieder vollladen? Dankeschön. Jawohl. Jawohl. Okay. Fracht ist zurückgegeben. Machen wir kurz mal die Außeninspektion. Scheinwerfer hinten funktionieren. Stoßstange ist da. Nummernschild MMJ 8127 HT. Okay. Passt, oder? MMJ, ja. Gut, Reifen sind in Ordnung. Karosserieteile sind auch alle da, würde ich sagen. Vorne Licht ist auch in Ordnung. Nummernschild ist auch das gleiche vorne. Passt perfekt. Seitenspiegel sind da. Ähm. Datum der Impfung 3. Februar. Gegen Mumps. Das ist nicht gegen Novit. Das ist nicht gegen Novit. Das heißt, er darf nicht einreisen. So, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Wir hatten das Gepäck. Wir haben hier das kontrolliert. Das passt soweit. Wir haben hier geschaut. Passt nicht, weil er gegen Mumps geimpft ist. Und nicht gegen Novit. Ähm. Königreich von Erkai. Ähm. Wichtiger Telefonanruf. Mitten in der Nacht. Ich muss meine Gefangene noch wegbringen. Ähm. 4. Februar. Es wäre. Aber Königreich von Erkai haben wir ja schon abgehakt, der Schmuggler, gell? Oder nee, haben wir nicht. Ich gehe gerade mal ans Telefon. Kleinen Moment, bitte. Oder wollen wir ihn erstmal? Ah. Komm, wir gehen erstmal ans Telefon. Kann sein, dass ich die Kontrolle gleich dann nochmal machen muss. Will ich aber auch nicht machen. Ich will hier nochmal genau gucken, weil Königreich von Erkai macht mir ein bisschen Bedenken. Ich finde aber nichts. Ich finde nichts. Ähm. Ja gut. Dann, ähm. Ich würde ihn abweisen. Fahrzeuggewicht zu hoch. Bloß täglich aktuelle Bestimmungen passen nicht. Somit habe ich genug Gründe, um zu sagen, Tschüss. So. Schönen Abend noch. Klingelingeling. Klingelingeling. Ich will noch warten, bis er weggefahren ist. Nicht, dass ich jetzt hier einen Auftrag annehme und dann muss ich ihn nochmal neu kontrollieren. Das will ich nicht machen. Okay, er fährt aber los. Ich denke mal, das Spiel registriert das. Wir gehen gerade mal ans Telefon. Oh, das klingt interessant. Schreie im Hotel. Da sind wir schon ein paar Mal, ein paar Mal vorbeigefahren. Ich nehme einfach mal die Gefangenen mit. Ich nehme einfach mal die Gefangenen mit. Oh, Tür gegen Gesicht. Und Tür nochmal gegen Gesicht. Und nochmal. Na komm, Tür zu. Ach ja, wünscht mir Glück, Kollegen. Das ist total bescheuert, da jetzt alleine hinzugehen. Aber ich habe ja Verstärkung dabei. Sitze hinten drin. Sitze hinten drin. Oh Gott, wir werden sterben. Nein, werden wir nicht. Das Hotel ist angeblich schon länger geschlossen. Okay, er macht Platz. Sehr schön, sehr freundlich. Er macht auch Platz. Dann fahren wir mal ganz schnell zu dem Hotel hin. Da sind wir auch schon. Ah, nicht Hotel, sondern Motel. Okay, da steht ein Auto. So, ihr bleibt im Auto. Ich will nichts hören. Ich habe das Gefühl, da wird irgendwo jemand gequält. Ich habe das Gefühl, da wird irgendwo jemand gequält. Oh Gott, komm direkt mit Waffe entgegen. Hallo, die Tomizai ist da. Und plündert eure Leichen. Ich habe noch lauter Waffen einstecken, habe ich gerade gesehen. Ei, ei, ei. Nicht mit mir. Nicht mit mir. War so semiprofessionell getroffen. Liegt aber auch an der Kugelstreuung. Die ist halt wirklich bitterböse hier. Wir haben so viel Shotgun-Munition. Oh, er schläft, so wie er da liegt. Sehr schön. Macht dir das gemütlich. Ja, gerade in dem Moment geht dann immer die Pistole leer. Oh, oh, da ist ja noch jemand. Kurz warten, bis er nachladen muss. Jetzt. Boah, fuck. Da sind ja voll viele. Da sind ja voll viele. Okay. Taktischer Rückzug. Taktischer Rückzug. Ich habe für den Notfall auch noch das Maschinengewehr dabei. Aber ich wollte es eigentlich mit der Pistole durchziehen. Upsi. Aber ich feiere das irgendwie, dass hier so kleine, etwas spannendere Aufgaben so zwischendurch kommen. Okay, was ist mit ihm los? Er talkt ein bisschen. Ah, die Kugel nicht so vertragen. Hör auf zu schießen. Wie viele sind denn das? Wie viele sind denn das? Hat noch jemand Munition für mich? Oh, für das Maschinengewehr. Sehr gut. Das lohnt sich ja richtig hier. Ja, schönes Füßchen heben. Schönes Füßchen heben. Okay, den haben wir weggeholt. Ansonsten ist hier niemand mehr. Da hinten ist noch jemand. Habe ich ihn getroffen? Bin ich sicher. Nee. Diese Kugelstreuung ist aber auch bitterbös. Wie beim Paintball. Okay. Das waren noch nicht alle. Oh. Zum Glück hat er nicht geschossen. Hat nur gezielt. Ich finde es sehr lustig, dass man die so komisch ziehen kann irgendwie. Okay, wir haben noch zwei Türen hier. Die können wir nicht benutzen. Ganz gechillt wird einer nach dem anderen geplündert. Oh, oh. Meine Pistole ist kaputt. Nee, ich habe keine Munition mehr. Gut, Taste 2 war mein Maschinengewehr. Dann geht es jetzt richtig los. Hallo, die Polizei. Okay. Das Gute ist, denen ihre Streuung ist genauso blöd. Die treffen genauso wenig. Gerade wenn sie so voll abziehen. Sprich mit der Geisel. Ja, was ist denn hier los? Kleinen Moment, ich bin gleich da. Ich muss erst mal Leichen plündern. So. Da haben wir noch was. Hier haben wir noch jemand. Naja, so viele Leute haben alle gegen einen Polizisten verloren. Ich weiß, ich hätte auch Granaten gehabt, aber Granate ist doch zu einfach. Ich will ein bisschen Action haben. Ja, was ist denn los? Oh oh, müssen wir uns auch zurückkämpfen? Ich habe mein Auto voller, voller Gefangene. Ich weiß, das wäre doch auch voll assi, oder? Wenn man jetzt sagt, lass. Nee, komm, wir befreien ihn natürlich. Schnell los, hauen wir ab. Wehe, meine Karre explodiert. Dann werde ich böse. Dann werde ich böse. Oh, drück eine beliebige Taste, um fortzufahren. Sorry, ich habe es nicht gesehen. Mission erfüllt, 1200. Okay, die Gefangenen sind alle noch da. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt müssen wir aber noch ein Fahrzeug kontrollieren. Haben wir 1200 gekriegt. Ja krass, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Schon zwei Uhr nachts. Ich muss die Gefangenen noch wegbringen. Ich muss noch eine Karre kontrollieren. Ei, 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 ei. Ja, war eine sehr coole Mission, auf jeden Fall. Kurz mal zum Ego-Shooter wieder mal geworden. Ähm, Geule? Ah, die Person ist ja leer. Ich kann ihn doch nicht festnehmen. Ich habe... Ich habe jetzt nochmal schnell jemanden zum Gefängnis wieder zurückgebracht. Damit ich Platz habe, um ihn festzunehmen. Den Flüchtigen. Aber das Gute ist, wenn er flüchtet, dass ich, ähm, das Fahrzeug und die ganzen Personal nicht so lange kontrollieren muss. Ich werde dann das Fahrzeug durchgucken, aber mein Inventar ist auch voll. Also ich... Wenn ich was finde... Ah, je, je, je. Deswegen, ich muss mal das Lager wieder leer räumen. Wolle ich eigentlich jetzt alles in der Nacht machen. Die Gefangenen wegbringen. Und, und, und. Aber irgendwie... Es kommt ja ständig was dazwischen. Ich finde es halt auch doof, dass man den Tag über dann quasi nicht die, die Gefangenen wegbringen darf. Sondern erst, nachdem er alle kontrolliert hat. So, hier wäre die Polizeistation. Hey, man merkt, wir haben unsere Karre getunt. Na, hast du einen Unfall gebaut? Das ist aber doof. So, Polizei! Lass du mich in Ruhe. Komm, raus da. Raus da. Was die ganzen Gefangenen im Polizeifahrzeug alles erleben. Spannend. So, gucken wir gerade mal durch. Warum ist er geflohen? Warum ist er geflohen? Okay, ich kann das hier nicht kontrollieren. Er muss aber doch irgendeinen Grund gegeben haben. Es muss doch irgendeinen Grund gegeben haben. Ah. Es gibt keinen freien Platz im Inventar. Was schmeißen wir denn raus? Was schmeißen wir denn raus? Weg mit der Munition. Nenn mal lieber das mit. Schrotflinten-Munition brauche ich nicht. Für das Kokain kriege ich wenigstens ein bisschen Geld. Für die Munition weiß ich nicht. Ich darf noch was bekommen. Ups. So, fahren wir mal zurück. Wir fahren jetzt zurück. Um dann wieder wegfahren zu können. Weil ich die Gefangene wegbringen muss. Ich kann schon fast eigentlich zweimal hin und her fahren. So, bin ich hier richtig? Ja, bin ich richtig. Nee, oder? Aber ey, meine Kache, die ist mittlerweile ein bisschen stabiler. Aber ich kümmere mich jetzt nicht um euch. Die Gefangenen hinten haben wirklich schon genug erlebt jetzt. Brauchen nicht noch das. Die brauchen jetzt nicht noch das, dass ich da nochmal ein paar Leute umpuste vor denen ihren Augen. Ich weiß nicht, wie viele ich heute wieder auf dem Gewissen habe. Ai, ai, ai. Aber wir müssen da vielleicht... Ja, ich müsste theoretisch auch zur Polizeistation nochmal fahren dann. Ich hätte theoretisch jetzt schon mal ein, zwei Sachen da lassen können. So, wir sind beim Grenzposten. Die Kache ist voll. Wollen wir die Kache noch reparieren? Ah, komm, nee, wir fahren weiter. So, ich will jetzt so schnell wie möglich die Gefangenen wegbringen. Wir haben vier Stück drinne. Wenn ich die weggebracht habe, fahren wir zurück. Dann weiß ich nicht, ob wir die Kache wechseln und vielleicht zwei Stück nochmal schnell wegbringen mit der schnellen Kache. Dann müsste man theoretisch auch mal das ganze... Die ganzen Waffen und Koks und was weiß ich alles wegbringen. Das Lager aber wieder leeren. Und dann ist wahrscheinlich die Nacht schon wieder rum. Das heißt, die Nacht wird ohne Schlaf verbracht. Aber es ist ein actionreicher Tag heute wieder. So, bin ich hier richtig? Ich bin noch richtig. Genau, sind wir gleich da. So, ich übersehe das hier immer total gerne. Die Einfahrt hier ist so klein. So, nicht wundern, ich habe keine Tür. Oh, ich laufe auch noch mit gezogener Waffe durch die Gegend. Hallo, ich habe was für dich. 1026. Heilige Kacke. Für fünf Stück? Wir hatten doch fünf Gefangene hier drinne. Okay. Wie das? Habe ich doch fünf dabei. Gut zu wissen. Da habe ich irgendwas verpeilt. Egal. So, dann fahren wir jetzt zurück. Gucken wir mal, wie viele wir noch im Gefängnis haben. Ich glaube, zwei Stück müssten es sein. Boah, wir haben 3920 Geld. Geil. Das ist geil. Da können wir wieder investieren. Eine bessere Bude oder so. Oder Kollegen hatten wir alle. Wir könnten auch die Kollegen ein bisschen hochleveln. Da ist es halt echt schade, dass man die nicht mitnehmen kann. Als man jetzt sagen kann, hier Kollege, bla bla bla, steig ein. Wir fahren jetzt mal durch die Gegend. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Als ich im Zweiten unterwegs bin. Kann man leider nicht machen anscheinend. Das würde ich noch richtig cool finden. Weil ganz alleine Gefangene irgendwie überführen, ist auch ein bisschen fragwürdig. Bisschen fragwürdig. Karatmodell. Jetzt haben wir das auch mal von innen gesehen, so teilweise. Wow, 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 wow. Das war ein Stunt. War geplant. Auf zwei Reifen fahren. Da gibt es ja auch diese Fahrzeugshows. Da fahren die Leute dann auf zwei Reifen auf einer Seite. Ich muss gerade mal ganz kurz pausieren. Hat gerade geklingelt. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Hat gerade an der Tür geklingelt. Musste ich ganz schnell hin. So, abgerannt. Okay, dann sind wir wieder mal zurück. Und dann gucken wir gerade mal, ob wir die zwei Gefangenen, die eigentlich noch da sein müssten, auch noch gleich wegbringen. Da können wir aber die andere Karre für nehmen. So, gerade mal die Karre bitte wechseln. So. Ich würde aber sagen, die zwei Gefangenen bringen wir in der nächsten Folge weg. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. ... ... Vielen Dank.